Stella ist smart, um aus all dem Drama zu bleiben. Mit der hatten wir auch irgendwie noch nichts zu tun. So, jetzt können wir das Foto machen. Ich glaube, da fehlen uns nur zwei Fotos in der Episode jetzt. Okay. Ach. Naja, wenn man professionell fotografiert, sollte man vielleicht auch eine gute Kamera haben. Daniel is always on the outside looking in. What's up, Daniel? Waiting to draw Dana after Hayden gets his operazion. I hope you liked the sketch I did of you yesterday. Loved it. Love. And it's my new avatar. Excellent. I got tons of likes on FB. Ah, made you blush. Shut up. Someday your portrait may hang in the Daniel de Costa wing of the Louvre. We'll talk about it later. Haha. Süß. Aber er hat ja auch echt schön gezeichnet. Cool. Na, da hinten sitzen. Wirk und wirk, wirk, wirk. Ich weiß nicht, wen ich beschissener finde von den beiden. Die hat ja auch keine Ahnung was er tut. Ah, ich denke, sie kann uns hören. Oh, diese zwei... Na, da hinten sitzen. Ah, aqua level. Very high. I can't believe the principal lets him stay in school after I t- Better be quiet, Victoria. We have a master snitch and liar here. Did you think we were best friends forever or something not at all victoria max is such an attention or you would know can I sit down now oh please do take a selfie at this moment yeah max so I won't forget you Also sehen wir sind gerade was weggeklickt ich möchte euch schlagen los 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 da dann noch die spuren von den kratzern von uns das kennen wir ja obwohl das jetzt nicht so mega professionell ist also ist kein art kunststück ne ihr wisst schon Und vor allem sehr creepy But never mind Kate has a lot on her plate I don't know what to say and she didn't tell me anything okay I know you love me but if you're not in this class beat it everybody else please sit down we have a lot to cover today and so little time as usual I see all the usual suspects here Anybody seen kate marsh I think everybody has seen kate marsh by now I guess kate will miss class now Sounds like you're giggling about a video I'm worried about her maybe it involves a student or a friend I wonder how it would feel to have false images of yourself shot out all over the world for people to judge It's cool that mr jefferson published his own little book of photo tips Usually people need something to judge so they never take a good look at themselves Schauen wir mal was wir für eine S bekommen haben Max, I wish you had popped a cap in Franks ass instead of giving him the gun No, Chloe, I do not wish that neither do you Is it too late to rewind? Ja Ist das? Und wir haben ja noch die von Warren I'm in the sci-fi lab now I'm no shredding as cat or kitty See you soon Das hat uns Ah, das ist eines von den Memes geschenkt Das ist so Er sagt da so Wahre Worte Er sagt da so What's your problem? Oh, Harry Potter book? Ach so Hm Na ja Geht so Geht so Ja Das Geht so hat ja gut funktioniert. Ich verstehe an der Stelle noch nicht ganz, warum er nicht wirklich eingegriffen hat, aber das hätten ja nicht alle spektaten müssen. Okay. Durchatmen. Ich fürchte das nämlich wieder genauso wie letztes Mal. Alter. So. Verschaffen wir uns ein bisschen Zeit. Eingefrorene Zeit. Okay. Krass, wie das mit den Vögeln hier aussieht und den Wassertropfen. Wir müssen dann natürlich außen rum. Oh Gott. Yes, David. Das wirst du nicht rechtzeitig schaffen, schätze ich mal. Tief durchatmen jetzt. Wirklich tief durchatmen. Komm schon. Komm schon. Lauf. Und es ist weg. Was machst du hier, Max? Stop. Nicht nach mir. Not jetzt. Es wird nicht funktionieren. Ich habe keine Macht. Jetzt muss ich das selber machen? Max, wirklich, nicht nach mir. Ich werde aufhören. Okay, okay. Ich bin hier. Kate, bitte. Oh, Max, ich weiß, dass du mich hilfst. Ja. Ich liebe, dass du ihn zu David hattest, aber es ist jetzt nicht wichtig. Nichts ist wichtig. Oh Gott. Das waren vorher schon so schwere Entscheidungen. Things will get better ist halt so eine dumme Antwort, die eigentlich keiner in dem Moment hören will. Oh, es wird schon wieder besser. You matter, not just to me. Du bedeutest was. Das sage ich jetzt. Das finde ich besser. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. Like I helped by erasing all that crap, people wrote on your room slave. I'm glad to hear you worry about me. That makes me feel better. Dann komm da runter. You're my friend. I'm here for you. Ich finde, du bist mein Freund, da denke ich so viel mehr. Aussagekraft als ich bin da für dich. Also, ich meine, das ist auch schon wichtig, aber das zeigt doch irgendwie nochmal ein bisschen mehr, dass man wirklich gebraucht wird. Ja, wir machen das. Das machen wir doch auch. Das wissen wir ja, sie hat's ja gesagt. Und wir haben's gehört von Victoria. Und wir wissen, dass es Nathan war, aber... Oh Gott. You were drugged. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. Ich würd gern für sie die Zeit zurückdrehen. There are billions of videos. Be strong, everybody will forget. Oh Gott. Was sind das für ne Entscheidung? Was sind das für ne Entscheidung? Everybody will forget. Aber das Internet vergesst halt niemals. Niemals. There are billions of videos. Und das macht die Leidheit halt nicht geringer. Sei stark, ist wohl das einzige, ob es irgendwie so nach ner dummen Floski klingt. Ich find's seltsam, dass sie gerade noch gesagt hat, sie kommt mit mir und dann, ne? You're sisters. You're sisters in your room this morning. I can see how much your little sister loves you by her smile. That's Lynn. She's only ten. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. Come on. Kate, hop! Oh Gott. Jess. Man muss es mit Humor nehmen, ne? Alter. Oh. Oh. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson. I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class. So you should have known something was miss. Mr. Prescott. Since you are responsible for the vortex club parties. And since Miss Marsh did attend your last party. You'll have to answer some more questions. Nicht nur ein paar. Ja, ich bin dann, hab dann die Zeit angehalten. Und, äh, dann bin ich da hochgelaufen und hab sie gerettet. Ähm, nee, keine Ahnung, was soll ich dir denn... Boah, Alter. David hat sie verfolgt vorhin. Und der hat, die Tür war nicht abgeschlossen. Was soll man darüber denken? Ich hau dauernd auf den Tisch, das sollte ich dir vielleicht unterlassen. Das ist halt schon mal sowas. Und dann hat Jefferson ihr irgendwas gesagt, was sie ja zum Heulen gemacht hat. Und konnte ihr nicht helfen. Und Nathan hat die ganze Scheiße ausgelöst. Also, so sehr David, das Falsche ist, was David macht. Und Mr. Jefferson, da weiß ich einfach nicht genug. Ich werd Nathan verraten, weil... Der ist die reale Bitch hier. Der ist der Idiot. Und der hat mit der Waffe rumgefuchtelt. Und... Komm. Wenn wir hier schon reinreiten, dann richtig. Und wir wissen's ja. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. I dosed her? Ha, without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. You told Kate you took her to the emergency room. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girl's bathroom? That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Careful, Mr. Prescott. I have been told of this alleged gun incident. And I have to admit that the video in question was sent to me by multiple sources. Including me. And since Mr. Prescott does appear prominently in the video and was responsible for the party, I have no choice but to suspend him until further notice. Whatever. See you in court. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Alright, Miss Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation from there. My head is killing me. But I think I can use my power again. Machen wir aber nicht. Wir unterschreiben das so. Oh, Mann. Left mouse button, sign statement. Okay. Ich stehe dazu. Zu meinen Entscheidungen, die ich jetzt getroffen habe. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. I couldn't even believe it was happening. It was literally slow motion as I grabbed her hand. And then I could feel her grabbing mine. Max, that was the greatest thing I've ever seen. Ever. You reached out. She reached out. Hugs. Tears. Applause. Like a superhero. Not quite. Look at me. I'm a mess. You're glowing. Seriously. A human halo. I'm pretty sure you earned your wings today. I'm still worried about Kate. She did try to kill herself. All over a video. Viral is the right word. Like a disease. So you watched it? Just one and a half times. Warren, I don't mean to sound weird, but there's something ominous going on at Blackwell. Today proves that. And I'm working on proof that Kate Marsh is connected to Rachel Amber. Somehow. Along with Nathan and Mr. Madsen. I'm not a big conspiracy guy, but I wouldn't doubt it. Nathan did scare me yesterday, and Madsen is a straight-up dickhead. So, what do you think is really happening? What the hell is this? The weather confirms this weird day. I feel that chill. Max, there was no eclipse scheduled today. I would know. I would. I believe you, Warren. I'll believe anything this week. I don't have to see you right now. 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 I don't have to see you right now 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 Wow, Lynn Kelly, Rachel waren Ordner und Kate ist der Nächste Was hat das da mit Aufsicht? Was hat der Direktor Mr. Jefferson gesagt am Ende? Was wird Nathan Victoria erzählen? Was planen sie weiter? Oh Gott, ich habe schon wieder Angst, diese nächste Episode zu spielen Ich werde das gleich noch tun Krass Auch für alle, die Ich habe gesagt, ich habe das Ende letztes Mal schon gespielt Und habe es jetzt endlich fertig aufnehmen können Nein Sie ist bei mir letztes Mal nicht gestorben Und ich konnte sie jetzt retten Ich habe exakt die gleichen Oder versucht Die gleichen Entscheidungen zu treffen Wie letztes Mal Ich konnte sie letztes Mal schon retten Ich habe meine Entscheidung genauso begründet Wie letztes Mal Ich dachte ja außerdem auch, ich nehme auf Und auch wenn sie gestorben wäre Hätte ich das wohl so hinnehmen müssen Auch wenn das wirklich, wirklich schlimm für mich gewesen wäre Ich bin froh, dass wir sie retten konnten Und dass wir sie davon überzeugen konnten Dass alles besser wird Denn so ist es Die helfende Hand war wirklich wichtig Die Max ihr gereicht hat Aber man kann es halt auch ändern Und man muss es halt wollen Klar ist die Zeit scheiße Aber es wird besser Und wie gesagt Ich habe da nicht versucht Was Besseres rauszuholen oder so Das ist immer noch eins der schönsten Spiele Die ich in meinem Leben gespielt habe Und selten hat mich was so bewegt auch Und so gefesselt Wie dieses Spiel Das ist echt krass Ich musste natürlich wieder ein bisschen reinkommen Ich habe jetzt ganz lange nicht gespielt Ich freue mich auf Episode 3 Und ich habe auch Angst Und nach Episode 3 werde ich wahrscheinlich noch mehr Angst haben Episode 4 zu spielen Die auch demnächst auf uns zukommt So Ich hoffe Ihr hattet Spaß Ich würde mich natürlich interessieren Wie eure Entscheidungen So ausgefallen sind Und wie ihr euch entschieden habt Und ob ihr Kate retten konntet oder nicht Und ansonsten hoffe ich Ich war bei den wenigen dabei Die ihr gesagt haben Sie soll zur Polizei gehen Mehr haben gesagt Sie sollen warten Und Proof suchen Hatte ich am Anfang ja auch überlegt You answered Kate's call War mir ganz wichtig Auch wenn Ich erst dachte Ich mache es vielleicht nicht Aber dann dachte ich mir Ne Ich habe ihr gesagt Ich bin immer erreichbar Dann machen wir das So ist das Wenn man befreundet ist You try to shoot Frank Ich habe es ein bisschen bereut Dass ich es eigentlich Nicht versucht habe Aber ich bin natürlich Weil ich hatte halt Angst Wen wirklich umzubringen Und das fände ich Schrecklich gefunden You couldn't save Kate's life You saved Kate's life Da bin ich halt In dem Fall auch nicht überzeugt Wie viele Leute dann neu gestartet haben Dann Als sie sie nicht retten konnten You blamed Nathan Haben die meisten gemacht Weil es in dem Moment Finde ich auch irgendwie Das Logischste ist Wenn es halt auch um Kate geht Und darum ging es ja auch am Anfang Wir wollten ja eigentlich Also das war ja der Ursprung Warum wir überhaupt zum Direktor sind You blamed David Ein paar gemacht Hätte ich auch überlegt Aber fand ich sinnlos Mr. Jefferson Keine Ahnung Fand ich in dem Moment Auch nicht so sinnvoll You watered a plant 47 74% haben das auch gemacht Wir wollen ja nicht Erst die Pflanze verdürstet You helped Alicia Haben wir auch gemacht Die meisten You erased the link to Kate's Video 5% nicht gemacht Haben sich wahrscheinlich versucht Ein paar Leute auch Hier für schlechte Entscheidungen Zu entscheiden Das würde ich eigentlich auch mal gerne noch machen Einfach nur die Fiesen, miesen Entscheidungen treffen You were friendly with Taylor Ja, das haben wir auch gemacht Man hat da genug Gründe Nicht nett zu sein Aber Ich hab das gemacht You accept Warren's invitation Wär auch gemacht Der war einfach so nett Ich meine Wir wissen zu diesem Zeitpunkt Ja noch nicht wirklich Ob er uns daten will Oder ob er nicht Ein netter Typ ist You wrote a message Ah ja, das war auf dem Schrottplatz Ja, warum nicht Man kann ja auch zu dritt Befreundet sein In ein Team sein You tempered with the rail tracks You didn't temper with the rail tracks Da wusste ich mir auch einfach nicht zu helfen Ähm Ich hatte glaube ich Irgendwas anderes vor Aber ich hab's dann so gelöst Ich weiß Auch gar nicht mehr Was man da hätte noch genau machen können You didn't gain entry to the Vortex Club Party Ja, also Ich weiß nicht, wie wichtig das für später sein wird Schauen wir mal Wenn wir sehen Im Moment tangiert es mich nicht so sehr You didn't help Warren Das ist halt auch was Ich hab das nicht verstanden Wie hätte ich ihm helfen sollen Vielleicht hätte ich nochmal mit irgendjemandem Sprechen müssen Oder so Ich weiß es nicht You told on David to Mr. Jefferson Hab ich einfach mal gemacht Hat sich ja ergeben Freunde von mir haben sich natürlich Ganz anders entschieden Die meisten konnten auch Kates Leben retten Niemand hat Mr. Jefferson Von meinen Freunden verraten Aber Dafür mehr Leute David Ah, von meinen Freunden haben alle Kates Anruf angenommen Interessant Ein paar haben auf Frank geschossen, okay Und ihr tellt Ach Da bin ich wirklich Wieder bei der geringen Anzahl Von Leuten, die ihr gesagt haben Sie soll zur Polizei gehen Krass Unglaublich So Und jetzt haben wir uns das auch noch angeguckt Und dann Bis zum nächsten Video Tschüssi 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 Vielen Dank.